Es beginnt alles mit einem Flügelschlag. Ich habe mein Leben vorher normal gelebt. Doch jetzt ist alles anders. Ich hätte nie erwartet, dass es so weit kommen würde. Wir alle haben ein Schicksal. Und wir alle haben ein Ziel. Die Zeit zu ändern ist sehr gefährlich. Das musste ich lernen. Aber das ist mein Schicksal. Das ist meine Aufgabe. Und nun bin ich gefangen. Im ewigen Kreis der Zeit. Wie oben, so unten. Wie innen, so außen. Alles wiederholt sich. Doch die kleinste Änderung hat große Auswirkungen auf die Zukunft. Und die Zukunft bin ich. Sind wir. Wer sagt, wir können nicht die Vergangenheit verändern? Wer sagt, wir sind nur ein Teil der Zukunft? Ich wurde eines Besseren belehrt. Ich habe die Gabe bekommen, Dinge zu verändern, die geschehen sind. Und diese Aufgabe werde ich erfüllen. Denn eines ist sicher. Du kannst ändern, was du ändern musst. Butterfly Effekt, geschrieben von Nils Evers. Ab August im Handel erhältlich. Und das ist sicherlich. Und das ist sicherlich. Und das ist sicherlich. Das ist sicherlich. Und das ist sicherlich.